Was ist die Stadt der Stadt? Ich wollte eine essbare Stadt und da habe ich Tila getroffen. Ja, bei mir sieht es nicht ganz so romantisch aus. Ich habe in einer Grossstadt in Amerika gewohnt, ein paar Jahre und war nicht zufrieden mit dem Lebensmittelangebot dort. Was kann ich tun als Einzelmensch, mich zu engagieren? Und da habe ich zum Glück Bastian kennengelernt. Und mit einigen anderen zusammen haben wir Urban Agriculture Basel gegründet. Somit tun wir das, worüber andere reden. Urban Agriculture Basel könnt ihr euch vorstellen wie ein grosser Schrank mit vielen kleinen Schubladen. Und diese kleinen Schubladen, das sind autonome Projekte, die sich selbst verwalten. Urban Agriculture als grosser Schrank ist die Dachorganisation, das Gefäß, das die Gesamtheit dieser Projekte nach außen repräsentiert. Und das ist somit auch das Bindeglied von den Projekten nach außen, vom Volk zur Regierung, zur Verwaltung, von der Stadt aufs Land, von den Konsumenten zu den Produzenten. Weshalb diese Bewegung? Was ist daran wichtig? Nun, Dixon Depomier, ein Professor für Umwelterziehung und Mikrobiologie an der Colorado University, hat gesagt, über die heutige Landwirtschaft kann man genau drei Dinge sagen. Entweder sie ist bereits gescheitert oder sie scheitert gerade oder sie wird scheitern. Das ist ganz sicher. Hier ein paar langweilige Fakten. Wir kennen sie alles. Es reicht langsam. Man liest zu viel darüber. Es nervt. Globaler Wasserverbrauch. Die Landwirtschaft braucht 70% unseres Trinkwassers. Die Flächen, die global genutzten Agrarflächen, 80% davon, wird dafür beraucht, die Fleischproduktion herzustellen. 2,4 Milliarden Tonnen Getreide haben wir im 2011 geerntet. Das ist mehr als je zuvor. Und davon ist nicht mal die Hälfte für Lebensmittel gedacht. Der Rest ist für die Mast des Viehs oder für Biosprit usw. Und gleichzeitig ist die Anzahl an Menschen, die hungern auf der Erde, über eine Milliarde gestiegen und zugleich ebenfalls die Anzahl Übergewichtige und Fettleibige über 1,5 Milliarden. Kurz zusammengefasst. Die Zukunft der Lebensmittel liegt uns auf dem Magen und am Herzen. Wir sehen das als Chance, da gemeinsam etwas zu tun. Deshalb Urban Agriculture Basel. Was wir tun, ist nichts Neues. Ein kurzes Bild von Basel vor 80 Jahren. Gundeli, vielleicht kennt das jemand. Sehr wahrscheinlich nicht, weil es nicht mehr so aussieht. Die Herausforderungen sind neu. Wir haben das eben gehört. Was heute wirklich anders ist, jetzt in der Region Basel mit dieser Dachorganisation, ist, dass wir versuchen, all diese Kräfte zu bündeln und einen gemeinsamen Ort haben, wo das Wissen abgeholt werden kann, als eine Vernetzungsplattform. Nun, wir sind in viele Städte gegangen und wir beobachten in vielen Städten, was dort so passiert, im Bereich urbane Landwirtschaft. Und wir sehen, es gibt viele Städte wie Basel, da gibt es weit mehr Projekte als hier in Basel. Über 40 Projekte, hunderte Projekte, aber sie arbeiten alle meistens für sich alleine. Hier in Basel haben wir von Anfang an einen starken Fokus darauf gerichtet, eine Gemeinschaft zu bilden, eine Allianz zu bilden, ein Dach über all diesen Organisationen so zu bilden, dass wir als Gemeinsames eine grössere Kraft entwickeln können, mehr bewegen können als jedes einzelne Projekt für sich und gleichzeitig die Projekte an und für sich alleine eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, ihr Potenzial voll zu entfalten. Nun, unsere Struktur hat Wellen geschlagen, sie war viel in den Medien, wir sind eingeladen worden in der ganzen Schweiz, in vielen Städten, um über unsere Strukturen zu berichten. Wir sind über die Landesgrenzen hinausgegangen, wir sind bis heute oder bis gestern waren in 15 verschiedenen Ländern auf der ganzen Welt. Hier ein Bild gestern aus der Slowakei, wo wir einen Auftrag haben von der DEZA, dem Departement für Entwicklung und Zusammenarbeit, wo wir einer slowakischen NGO, einer Umwelt-NGO helfen, die Strukturen lokal aufzubauen, wie wir sie hier in Basel pflegen. Nun, was tun wir in Basel konkret? Es geht darum, wie gesagt, das alles zu bündeln. Wir bewegen uns im Bereich Kultivierung, Produktion von Lebensmitteln, der Verteilung von Lebensmitteln und dem Genuss von Lebensmitteln. Wir wollen euch nun vier Projekte von diesen 40 zeigen, damit ihr da seht, was wir tun. Als erstes ein Kommunikationsprojekt, kein Kaufswagen, in dem ein Einkaufswagen, der eigentlich auf den Müll hätte sollen gehen, als mobiles Pflanzbeet genutzt wird. Das sind Demeter, Kräuter und Gemüse aus der Region, die dann, wie gesagt, an diversen Stellen in der Stadt aufgestellt wurden. 230 Stück in der Schweiz verteilt. Das nächste Projekt ist Stadthonig. Es ist eine Plattform für Imker und den Leuten, die sich interessieren für Bienen in der Stadt. Den meisten unter uns ist nicht bewusst, dass die Stadt, obwohl sie eine Betonwüste ist, eine Überlebensinsel ist für Kleinfauna und Flora. So hat die Basel-Stadt eine höhere Ortenvielfalt als die Agrarzone, die von Herbiziden, Fungiziden und Pestiziden malträtierten Land strichen. Bist du zu schnell? Der Gemeinschaftsgarten Landhof, das nächste Projekt. Vielleicht kennt ihr das. Das ist ein Innenhof mitten in der Stadt, neben der Messe Basel, von 600 Anwohnern angegrenzt. Da treffen sich Menschen, wie ihr seht, von diversen Generationen. Das sind zwei Menschen, die den Garten leiten, ca. 15 Leute im Kernteam, die das auch umsetzen. Es ist ein öffentlicher Begegnungsort. Wir haben Besucherinnen von überall und es sind 250 Sorten, die dort wachsen. Wie ihr hier sehen könnt, haben wir diese Parkfläche. Es war wirklich ein Parkplatz mit der Verwaltung in kürzester Zeit zu einer blühenden, vielfältigen Oase umgestaltet. Wir haben mit den Leuten, wir haben sie aus ihren Wohnzimmern rausgeholt, vom Fernseher weg, vom Balkon runtergelockt, in den Garten. Wir haben diese Fläche gemeinsam begonnen zu gestalten. Wir haben partizipatorisch Workshops gemacht. Wir haben Seminare gegeben. Wir haben, wie ihr hier sehen könnt, Hügelbeete angelegt. Wir haben die trinationale Region hier von Basel, Frankreich, Deutschland und die Schweiz eingeladen, um Kräuterspiralen zu bauen. Wir haben fester gefeiert über die ganze Jahreszeit. Und als wir unser eigenes Brot backen wollten, haben wir gemerkt, wir brauchen einen Ofen. Da haben wir eben einen Ofen gebaut. Nun, den meisten Leuten oder den Anwesenden hier und den Städtern ist nicht bewusst, dass die Lebensmittel, die wir täglich konsumieren, eine durchschnittliche Reisestrecke von 2000 Kilometern zurücklegt. Und hier im Gemeinschaftsgarten bieten wir jederzeit saisonales, urbanes, biologisches Lebensmittel oder Gemüse, gerade von hier vor eurer Haustür. Ein kleines Beispiel. Vielleicht kommt es noch. Einerseits haben wir die Sensibilisierung in der Stadt. Das machen wir. Andererseits geht es auch darum, zu essen schlussendlich. Die Produktion machen wir nicht in der Stadt, sondern haben wir konkrete Kontakte zu Bauern in der Umgebung und holen deren Lebensmittel wieder zu uns. Da haben wir ein Projekt, das nennt sich Lebensmittelgemeinschaft Basel, genau, die diese Lebensmittel bündelt und man sie dort abholt. Darum geht es. Und dort im Kleinen haben wir noch ein Projekt, das nennen wir Freiformgemüse. Das seht ihr zum Beispiel hier. Das ist Gemüse, das ist zu gross, zu klein, zu krumm. Das fällt durch das Muster. 50% der global produzierten Lebensmittel landen auf dem Müll. Und das wird auch auf dem Müll landen, weil Seif zu gross ist. Und da bieten wir das den Teilnehmern dieses Projektes an, für einen sehr stark reduzierten Preis. Nun, was braucht es, um eine solche Idee zu starten? Um eine solche Idee zu starten und eine solche Initiative zu lasieren, braucht es vor allem eines, nämlich Begeisterung. Begeisterung und Mut, das zu leben und umzusetzen, was man sich wünscht. Danke.